Juhu, Nachtmap. Toll. Gut, dass ich eine Wetterliege genommen habe. Also es ging jetzt recht schnell. Und es stand da, warten auf andere Spieler. Aber es geht auch, glaube ich, noch schneller. Hä? Jo, Boss ist hier. Oh, da ist eine Öllache. Das wäre fast schon wieder schiefgegangen. Ja, dann besticken Sie bitte. Och, die Tür hier ist zu. Wo kommt denn hier hin? Die Tieren ja hängen. So, komm. Ru, du Seiden. Weg. So, beruhigt, Alter. So, beruhigt, Alter. Oh, hallo, ich will hier gern wieder hoch. Oh, Gott. Sehr stark. Kannst du mal hier aufmachen? Oh, ne, warte, ich kann auch oben rein. Ne, ich kann auch oben rein. So, jetzt die Frage. Wir haben hier gleich einen Ausgang. Es ist Nachtmap. Und es hat schnell geladen. Die, die keinen Bock auf Nachtmap haben, sind vielleicht auch schon wieder raus. Hier ist Geld. Entweder wir gehen jetzt gleich weiter oder wir gehen jetzt einfach raus. Erstmal ein Bändigjab mal, dann schauen wir mal, ob das passiert. Kasse. 75. Du hast doch immer aus der Kasse gestern 1000 gekriegt. Das kam natürlich auch noch dazu. War das eine Karte? Nee. War das nicht vom Hunter looten? Ich weiss das auch nicht mehr so genau. Aber irgendwie hast du noch so. Und einmal hatte ich auch 500, glaube ich. Nein, dann hast du noch die Gelddings für dich gemacht, die Geldsammeln? Stimmt. Dann gibt's ja auch nochmal 500 für. Ja, stimmt. Ruhig. Scheiß Boss. Süd-Süd-Ost vielleicht? Vielleicht. Weil der Zombie hier unten ist aufgeregt. Aber das könnte auch sein, weil ich das Fenster zerschlagen habe. Hier unten, denn alle Türen zu. Ich bin nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass hier einer langgerascht ist in dem röten Haus. Ja. Hier unten ist eigentlich alles zu. Dann mach ich mal oben vor die Schiebetür. Könntest mal hier noch ein paar Fallen holen? Ja. Ja, die Fische gehen doch gerade ab, hörst du das? Ja, ja. Da sind Leute da. Dann oben noch die zweite Schiebetür zu machen, bitte. Unten ist alles. Da ist noch eine. Ne, die brauchen wir. Die hören wir ja. Wenn sie die aufmachen, das hören wir ja. Das geht ja so langsam. Oh ja, der ist schon hier oben drauf. Und wo hat er das jetzt durchgeworfen? Unten. Ach, da war, ich weiß schon, das eine Fenster, ja. War hier irgendwo hier drin? Nein, nicht gesehen. Oh. Ach Gott. Warum ist die Falle? Warum ist die Falle da nicht? Scheiße. Eigentlich ist es egal. Schottgang. Juhu. Ach, die Tür hier ist offen, die haben sie aufgeballert. Okay. Mach mal ganz eins. Gündig die Tors auf. Im Osten. Tor im Osten ist auf. Ja. Schieß auf das Rad. Dann geht die zu. Okay. Bei ihr. Ich hab denen gerade eine verpasst. Also die hat auf jeden Fall Schaden gekriegt. Ja. Irgendwo macht einer eine Schiebetür auf und zu. Ja, hier hinten. Ich hab einen. Der ist im Norden. Ja. Ich check mal. Oh, nee. Oha. Äh. 3 im Nordwesten und einer im Süden. Oh, die beiden von Titor, das wieder. Ja. Die beiden von Titor. Sind die drin? Sind die drin? Nee, nee, noch nicht. Die waren noch draußen an der, die haben die, genau die Schiebetür aufgenommen. Nun wieder. Schrotflinten. Eines rein. Eines kann da rein. Oh. Ja, war klar. Nein, warum denn? Alles klar. Ich dachte, glaub ich, eine Naito. Können die sich nicht mal gegenseitig ein bisschen zerficken, ey? Einer Schaden? Ja, Fallschaden, ja. Ich brauch Abstand und eine freie Fläche. Ja. Da Hariten. Das muss ich geht. Sonya uns sogar schon mal nach unten schaden. Das ist eine Bontys noch drin. Ich hätte ihn doch noch looten sollen. Ist hier ein Wagen? Natürlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der eine Punkt ist ein Solo und der Monroe... Der hat schon mal jetzt gebrannt. Das wird zwar nicht viel gemacht haben mit ihm, aber... Der wird seinen Monroe da hinten holen, falls das der Made von ihm ist. Scheiße ey! Mann! Ich will eigentlich nicht nach Blanchett. Reynard wäre cooler, irgendwie. Da ist oben nämlich so eine schöne Wiese. Oh, die kommen jetzt aber, wa? Ja. Die? Komm! Oh, die sind an der ganzen Ecke weg. Die sind so fast im Blanchett drin. Ich hör sie auch schon. Es war so klar. Das geht genau auf, gleich durch die Splenche durch. Jetzt am Wasserrand. Ja. So war aber ein bisschen weiter rechts, glaube ich. Ja. Ich gucke auch gerade auf die Map. Ja. Ne, da war eigentlich nichts gesehen. Äh, links. Warum? Die andere siehst du? Ja. Stark. Ja. 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 Äh, schön 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 schön. Ah, Berti ist einfach Liebe. Tatsächlich doch auch. Ab und an ist das mal wieder Liebe. Guck mal, vorher nicht doch der andere. Ja, 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 ja. Nichts mehr da. Ach, meine Mose, die Saudi. Und hier hat meine Wetterliege. Also wieder Schrotflinte, so eine Scheiße. Ja, das kannst du dir hier nochmal zurückholen, sofern wir das jetzt alles packen. Ich hoffe, wenn das wirklich der Mate war von dem Monroe, ich hoffe, die sind jetzt einfach auch mal zur Spinne gegangen. Ja, oder die Wiener haben die Wettbewerb gemacht. Da war kein Geschieße, obwohl er hatte eine Silencer-Pistol, das muss man nicht unbedingt gehört haben. Und zwei, drei Fallen sind die auch los hier. Die Schroeder sind nicht genug, natürlich nicht genug, aber auch die Wettbewerb或者 Tschüss. Ja. Joder. 20. 24. 21. es ist irgendwie schön wenn mal ein plan funktioniert ich ein bisschen ehrlich mir aufgekratzt gucken wir auf jeden fall noch mal wasser liegt ja ich hoffe die sind jetzt einfach zur spinne rübergegangen gerne gerne so hier ist ja auch noch einer gestorben ja ohne elison hallo und eine schöne uppercut aber zu wem der gehörte warum hat er jetzt nichts gelootet den zündig trotzdem an so dann gucken wir noch nicht mehr kann kann man mit hierher wir gucken dass der typ hier noch liegt weil der hatte glaube ich eine nitro und ich habe keinen bock dass der jetzt hier in um eine ecke warum konnte ich den jetzt wieder nicht mehr nutzt es ist gut ich packe esel ne wo sind ja gestorben war das hier hier wurde das gut fiel der nitro ist der liegt da noch dann ist es ein bisschen crazy hier kannst du ich überlege ob ich die nitro mitnehme damit könnte ich den boss noch killen ganz leicht dafür müsste eine bett hier liegen lassen ich konnte nicht von ihm naja einer ist theoretisch noch da gift spritze kriegt die ist für die spinne gut ja musst du sagen wollen wir noch auf spinne gehen die von den anderen bieten naja die zone abholen stimmt was für lutscher wirklich naja letzte runde sonst weg ja mit shotgun of close ja aber also ganz ehrlich entweder ist es immer dumm oder du hast halt richtig viel eier und ich glaube die hatten einfach ein bisschen waren die dumm weil sie zu viel wollten vernacht mit die entfernung nach wenn man selber getroffen wird dann einfach stehen zu bleiben weil sie nicht also das ist wie bei meiner selben am selben fenster pieten so also selbst wenn er da getroffen wird oder du selber eingetroffen hast eigentlich sollte man das nicht tun der andere ist ja komplett stehen geblieben in seinem gebüsch der dachte man sieht ihn gar nicht so ich checke mal alles frei ich habe jetzt keine sekunden mehr dann gleich rüber zur kapelle würde ich sagen da können wir vielleicht zwei close ich kann natürlich jetzt die network ablegen und den verbergen dann ja das ja ich hätte halt nur die nature mit genommen weil mir fehlt die in der bibliothek noch wenn du damit ein boss kills macht das natürlich ordentlich xp ja dann müsste ich jetzt aufnehmen jetzt wieder tausend meter weiter daran dass das ist jetzt egal ich hab sie noch ja das bringt mir ja nix wie will wie soll ich das denn dann müsstest der ja müsste man hoffen dass wir bei der spinne und wo eine waffe auf dem fass liegen sehen die ich dann wo du dann tauschen könntest also nicht jetzt hast du nicht damals gesagt es gilt für alle spieler wenn wenn du wenn beide das gleiche spielen dann levelt jeder für den anderen mit sozusagen also dann kriegst du sogar doppelte xp also wenn wir jetzt beide mosin spielen würden wenn ich jetzt hier du hast eine mosin theoretisch wenn ich jetzt hier mit meiner obriss xp mache kriegst du dafür auch mosin xp entstirbt doch einfach das sollten wir wohl hinkriegen also kann sich vielleicht mal kurz bevor wir vor kapelle sind so vielleicht da wo die kreuzung ist wo rechts das wasser ist wenn du auf der map guckst da kann es vielleicht noch mal checken oder so das ist das schon wieder für eine runde mensch dann heil dich doch do it stolperfalle juhu gift spritzer hätte ich auch aber ich kann auch ist ja auch geil ich kann ja auch mit der obriss die spinne finalisieren das würde ich gerne tun dann sonst dann kriege ich da auch noch mal ordentlich ich glaube nicht stirbt doch bitte also entweder haben sie diesen einen solo da noch weg gepustet oder der ist jetzt einfach raus also der monroe ich glaube der hat mich glaube ich versucht mit fanning wegzuholen der solo war fressigen besen also mit nitro und scott field mit fanning solo reingehen da spinne ist hier wenn du mit der nature interest hast du klären ja das ist klar du hast doch noch die sticky oder nicht die habe ich ja nicht ja okay ja da kannst du schon mal mit anfangen glaube du musst halt warten bis sie die rage also ein schuss dann rage phase abwarten und dann den nächsten ich mache hier in der zeit noch mal schnell ein paar fässer drei fallen habe ich hier oben ist auch noch eine toolbox dann jetzt habe ich ein problem wie das aussieht die tippen die tippen die tippen gut aber doch geklärt so warte jetzt würde ich gleich kommen gleich bei dir und das richtig viel geld für uns die säcke das gibt gerade rein die spurt ich habe ja zum glück eine giftspritze geil stimmt da war ja was so fräulein hier ist die kasse wo hast du mal hier das ist doch geld so jetzt zeigt mal her deine ganzen geld säckchen hier habe ich einen den habe ich ja dann müsste hier irgendwo einer stehen und den ein der hier drinnen überlegen hat es ja glaube ich hatte wenn er hier auf dem tisch war ja gut oben sind paar sachen vermied auf der ostseite kirche raus da ist noch eine toolbox wenn du willst ich bin früh ach so die kasse hat sie mitgekriegt die ist leer wenn dieser solo jetzt hier irgendwo rumschimmelt oder der irgendein mate hatte den wir nicht mitgekriegt haben und die jetzt hier wieder irgendwo warten dann dann äh also viert äh eins habe ich nur konstantina oder ne er löter ich blutet könntest hier die treppe zwei hin machen kannst hier noch zwei hin machen hier ist ja dieser neue geheimdurchgang also geheimdurchgang also der neue durchgang gleich rechts daneben da kannst du also durch crouchen hier wäre auch noch so eine leiter wenn du willst aber ich kann mir ich kann mir also es kann mir das echt nicht vorstellen dass hier jetzt noch wer ist wie gesagt ich habe noch vier sekunden und ich kann nochmal soll ich nochmal ja geh hoch dafür weil manchmal wenn die über einem stehen dann kriegst du das echt nämlich kannst du hier jetzt noch die treppe hoch und so scannen so schräg hoch ist irgendwie finde ich immer blöd hier ist noch ein Geldsack jetzt habe ich ihn nö 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 es ist nö greeting nö 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 los jetzt wo können wir überhaupt raus hier aus dem bums auch wir haben hier gleich noch ausgang ist ja noch geiler ruhig check noch mal alles cool ein bisschen mit dem mieter hier kriegen wir dennoch kaputt kaputt mehr naja nichts verloren die saudi toolbox sagt dass du brauchst du nicht mehr krass dann hat der solo weiß ich nicht was er gemacht hat entweder ist er raus oder himmelt hier noch in irgendeiner ecke rum keine ahnung oder sie haben ihn wirklich zerledert da immer noch alles frei junge 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 gg stressige runde oder die schon wieder dort habe ich doch gern leider war aber auch zurück die türen so viel guckt so auch nö Nö, das ist schon scheiße, was die da wieder wagen.